So, ihr geilen Nudeln. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash of the Titans. Ich bin wieder allein unterwegs, Gott sei Dank. Und wir machen jetzt weiter mit Episode 14. Wir haben jetzt jetzt nochmal Engine geboxt und mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Da es nur 20 Episoden gibt, gehe ich mal von aus, dass es schon so langsam Richtung Final geht. Mal über den 14, 15, 16, Rennoman Boss, 17, 18, 19, 20, Boss. Ich habe keine Ahnung. Stammbaum. Schöner 2D-Baum da hinten. Stammbaum also. Es gibt das Wort Stammbaum und es gibt das Wort Baumstamm. Das ist schon faszinierend, ne? So eine Erkenntnis, die ich gerade habe. Ich glaube, ich bin jetzt weise. Naja. Okay, das war jetzt nicht so gut versteckt. Ich habe es gefunden, ich bin sehr stolz auf mich. Weiter geht's. Ah ja. Wandsprung. Ja, ja. Ich habe heute übrigens, passend zu der Aussage, dass ich weise bin. Ich hasse alles. Heute hat es so ein Schreckendes festgestellt. Ich bin heute auf der Arbeit gewesen, bin so Roller gefahren und so, alles entspannt. Und ich habe an meine Bachelorarbeit gedacht, die ich habe wohl kurz abgegeben habe. Und dachte mir so, ah ja, schön, dass es jetzt alles abgegeben ist. Aber ich hoffe, das klappt alles und es gibt nicht nur beide Probleme. Und plötzlich ist mir was eingefallen. Wir müssen ja am Ende immer so eine... Am Ende der Bachelorarbeit muss ich halt so eine Eigenständigkeitserklärung unterschreiben. Also quasi, ne? Hiermit bestätige ich, dass ich alles selber gemacht habe. Blablabla. Habe ich auch angemacht. Ich habe vergessen, die zu unterschreiben. Ich habe die nicht unterschrieben. Ich habe einfach nur, als die ausgedruckt waren, die drei Bachelorarbeiter, war ich einfach nur froh und habe die einfach nur in diese Briefkasten geschmissen. Und habe einfach voll vergessen, dass ich das unterschreiben musste. Ich habe mich wohl ein bisschen eingeschissen, als ich das erfahren habe. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich werde mal versuchen, da morgen früh, das ist Sonntag, wo ich hier aufnehme, mal irgendwie nochmal anzurufen und vielleicht nochmal zu klären. Yo, ich bin ein Idiot. Ist das schlimm? Muss ich jetzt ins Gefängnis? Ich weiß es nicht. Ähm. Ja, ich hoffe, ich hoffe... Ich bin jetzt mal ein guter Ding und hoffe, dass es nicht problematisch wird. Ey, es ist wirklich unfassbar, was da momentan passiert, ne? Alles, was mit meiner Bachelorarbeit und meinem Masterzugang zu Wunder hat. Ey, alle Probleme, die man haben kann, hatte ich. Wirklich. Ich glaube, es kann keiner von sich behaupten, so viele Probleme gehabt zu haben. Unglaublich. Außer vielleicht Ausländer. Das klang jetzt fies, aber... Ist halt wirklich so. Wenn ich Anträge gibt, es immer so dieses... Das musst du machen, wenn du schon mal da bist. Und das musst du machen, wenn du Auslandsstudien bist. Und dann erst mal dreimal so lange Anträge. Und denkst du, sehr geil. Patsch den Skorporella und erledige 25 Jahre langer, bevor die Zeit abläuft. Oh, oh, ich hoffe, ich habe ein gerades Patsch da direkt. Sehr schön. Ahm. Ja, Skorporella. Oh, 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 oh. Alter, wie die fetzen. Uh, Kaka. Lapida. Ja. Ich muss mich mal ein bisschen was kaputt machen. Ein bisschen Mojo-Mojo sammeln hier. Oh. Genug. Also da reichweite ich das gerade bekommen habe. So. Hoffen wir mal, dass es direkt hier ist. Hoffen wir, dass überhaupt einer da ist. Mein Gott, ist ja langsam. Hier ist nichts, oder? Boah, ich kack mich ein, ey. Mann, no. Hier, schneller. Nein. Ich bin schneller, wenn ich abspringe. Raus hier. Jetzt aber raus hier. Ich habe mich kurz angefasst. Ach so, jetzt. Weiterspiele. Neue Gegner auf jeden Fall. Wieso? Ich habe nicht mal C gedrückt. Aua. Lustige Eingeborene, die gar nicht rassistisch produziert sind. Crash-Nacken? W- Warst du ein Geräusch? Ah! Ich habe so, ah! Süß. Süß, unser Crash. Nichts zeugen. There are no witnesses. Was machen wir mit den Gefangenen? Es geht kein Überfang, ne? Gute Szene aus dem Töcke, Remix 2. War es im dritten? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, juhu. Skaten wir mal ein bisschen weiter. Ja. Gut gemacht, Spiel. So, jetzt skaten wir nochmal richtig. Juhu. Hoffen wir, dass ich hier... Bäh, alles kriege. Ja, wie gesagt, generell, ne? Immer noch so ein bisschen mein Ziel oder mein... Ja. Der Gedanke, dass ich vielleicht so die Sammelobjekte mache, ne? Dass ich so schön die Mojo räume und die Konzeptgabbing noch alle sammle, die ich verpasst habe. Aber den Rest, da sehe ich mich nicht so. Oh, ich glaube, ich falle gerade runter. Weiß nicht. Es ist irgendwie nervig und... Bäh. Alter. Manbad einfach. Ja, nicht Batman. Es gibt auch Manbad. Das ist ein Batman-Bed so nicht. Der mir nur nie vorkommt irgendwo. Habe ich im Lego-Spiegel, ja. Bäh. Mann, ey. So. So wird das schon mal... Au. So wird das schon mal nichts. Wie immer der letzte nicht trifft. Ich hasse alles. Aua. Geht doch. So, was kann's so schönes? Bäh, bläh, bläh. Okay. Gucken wir uns mal an. Fledermaus-Hieb. B, Z, B. Aha. Wir werden dann schon gut machen. Ich werde mich nicht schütteln. Ah, okay. Geht das? Okay, ich kann einfach nur abwegsehen. Tasten spammen. Das ist super. Einfach nur BZ, 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 BZ. Mein Hirn braucht dann nur ein bisschen länger, um umzuschalten. Quick! Noch mehr. Ja, so war das nicht geplant. So habe ich das nicht gemeint. Zeig sammeln. Fragt man sich, warum man jetzt B und Z abwechselnd drücken muss. Generell ist es ein bisschen weird, dass dann so wirklich die normalen Eingriffe bei den Titanen bei jedem unterschiedlich sind. Also in dem Sinne, wie man sie ausführt. Hat so ein bisschen was von Kombosystemen, was irgendwie in diesem Fall wirklich jetzt nicht sehr tiefgreifend ist. Oder durchdacht. Aber naja. Ich beschwere mich mal nicht. Ah, die Toilette wurde ganz gestört. Nett. Ich habe die gesehen. Keine Sorge. Ich wollte die am Ende holen. Ich mag das Viech tatsächlich. Das BZ schwimmt durch alles durch. Hat was. Autsch. Ich mach's mal Feierabend hier. La 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 la. Hast das? Danke. Danke für den Rundsound, dass du mir das dadurch verraten hast. Ich stirb. Auf seine Mörchens. Wir haben Mörchens. Auf seine Mörchens. Wir haben Mörchens. Mh. Muss ich auch Opfern an der Stelle. Der stirb gerade denn? Nein, einfach. Haut schon mal ein bisschen leid, tatsächlich. Aber auch nur ein bisschen. Mh. Ripp. Oh mein Gott. Was ist alles? Crash. Sei nicht Coco. Coco. Sei nicht Coco. Leider nicht Kacka, würde ich eigentlich sagen. Bin fast tot. Hääääh. Ach Mann, ey. Hier ein bisschen Combo-König versuchen. Ich bin super, dass das funktioniert. Gerade. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ich bin tot. Hoppla. Moment, hä? War ich hier gerade? Nein. Doch. Dann machen wir's halt auf die alte Tour. Ich hab die harte Tour, auf die alte Tour. Wie jetzt? Mach doch nicht den. Danke. Ach Mann ey. Ich rummel wieder. Ich glaube nicht so. Ja Mann. Pferde Punkte. Und ein Leben. Hey. Wie sieht es aus bis zum nächsten Upgrade? Okay, noch einiges auf jeden Fall. Pferde Punkte. Pferde. Okay. Ich hatte einfach so einen Boost nach vorne. Das hab ich nicht gesteuert. Ach ja, muss ja. Äh. Richtig im Moment drücken. Äh. Oh, ich hasse alles, Alter. Okay, mein nicht. Abgesegelt. Abgesegelt. Was für ein Sinn hat die Stelle gerade? Ich lauf einfach nur so über so. Es ist ja nicht mehr Platforming hier. Das ist einfach nur Leben, wie ich hier rüberklettern muss. Das ist nicht mal spielerische Herausforderung. Ja, ihr habt Möhrchens, ich weiß. Freut mich bei euch. Bisschen anders geplant, aber egal. Naja, dann halt kein Kombo-König. Das ist mir auch scheißegal. Bin nur durchspielen. Mehr brauch ich bei dem Spiel nicht. Ah! Ich bin so erschrocken, man. Ich hätte richtig Angst. Ah, 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 ah. Oh, das war scheiße. Alter, ich sterbe nicht so eine Belanglosigkeit hier. Ich kann ausrasten, man. Sag mal! Funny, isn't it? Phony, mate. Ich lach mich kaputt. What the fuck? Okay, warum hab ich den Instant nehmen können? Egal, ich nehm mich. Beschwer mich nicht. Zack, alle Spielboards und ich bin dran. Aua, 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 hey. Okay, man gebe mir mal zwei. Doch, bisschen Stärke. Oh, wie hab ich das? Wie hab ich das grad gemacht? Wieso lädt der den so auf? Ich spame halt nur die Tasten abwechseln. Ich hab gar nichts gemacht. Deine Mutter. Oh, wie hab ich das? Kennst du die, deine Mutter? Ich auch. Sehr gut sogar. Hast du bereit von dir gesehen? Die hast du nicht gesehen. Okay, wahrscheinlich komm ich schon. Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht komm ich schon die letzten Gegner alle. So, dass wir hier gleich ein Level benden können. Kann ich mir sowas vorstellen. Gut, auch nicht. Leichtzeit? Was ist eigentlich mein Special Attack? Oh, dann doch noch ein paar. Aha, nett. Da wollte er Lucario sein. Okay, jetzt können wir hier noch. Muss wir hier wahrscheinlich noch zu Ende fahren jetzt. Aber haben wir ja jetzt. Nett. Uga, uga. Ach, 55, ach. Ich hab grad 50 gesehen, Entschuldigung. Aber egal. Trotzdem jetzt so. Handlanger König. Ja, die haben ja auch gut gerade den, den Kombo-König farmen können. Wenn man so übernachdenke. Aber egal. So, das ist wahrscheinlich vorbei. Jo. 35. Ei, ei, ei. Das ist ne Zahl. 35 ist ne Zahl. Vooduhasi-Info freigeschleitet. Kämpfler. Templer-Info. Äh, Kämpfler-Info. Hm. Na dann. Die Crash-State-Singer-Nicht aus. Alter, gar nicht mehr viel. Cool. Ähm. So, Konzept-Grafik angucken. Aha. Hm. Oh. Hm. Die ist so interessant. Blade-Wings. Aha. Die Vooduhasis. Du darfst ihnen niemals nach Mitternacht Möhren geben, Crash. Und sie dürfen auch nicht nass werden, glauben wir. Okay. Das sind also Gremlins. Gut zu wissen. Der Kämpfler. Daher, einfach weiter. Nächste Episode. Die da schon ist. Nummer 14? Oder 15. 15. Episode 15. Clamityville Horror. Ähm. Ähm. Clamity. Was war da? Clamityville Horror? Clamityville Horror. Viele Filmeanspielungen gerade. Gefällt mir. Erzählen, die ich nicht gesehen habe. Also zumindest. Clamityville Horror. Gremlins habe ich gesehen. Ist okay. Was? Kaka. Akula Kaka. Aku, Aku. Aku, Aku. Uka, Uka. Und Kaka, Kaka. Das mache ich manchmal. Das ist meine Maske. Kaka, Kaka. Fick dich, du Kaka. Oh. Ihr habt Mörchens. Ganz tolle Mörchens habt ihr. Einfach runtergeschubst. So muss das. Knarretz, Knarretz. Wow. Wow. Okay. Der Schub war einfach zu krass gerade. Der Schub war... Scheiße. Ach man, ey. Diese steifen Animationen, aber auch von Kratz, ne? Hui. Flup. Auf einmal, wenn er seine Arme hochreißt. Aber ganz vorsichtig. Geht doch. Na, geht doch. Diese Rutsch-Rutsch-Pazaren sind schon... Bitte? Äh, sind schon anders. Die sind immer so kurz. Wie mein ganzes Level, wo man da nur rutscht. Das wäre die mega. Gut. Geh ich halt nicht mehr da, 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 ne? Ins Grüne. Ich hau dir auf die Augen, Kleines. Wenn du zehn Skorporeller haben, alle Feinde zu besiegen. Volle Zeitablauf. Nächste Film an der Spielung. Hallo? Zitgerückt. Hallo, ich hab ein Tasse Geduld, wie du von mir verlangst. Bum, bada, bam. Tipp, fahr ja nicht herunter, sonst hast du verloren. Okay. Tipp nicht sterben also. Ich verstehe. Da bin ich schon Meister mittlerweile, so wie ich diesen Tipp schon bekommen hab. Autsch, Autsch, Autsch. Das muss ich eigentlich machen, ich hab nicht aufgefallen. Einfach nur alle töten, oder? Wer verlangt das Spiel von mir, glaub ich gerade nicht. Aber ich muss natürlich auch überleben, ne? Aber das Skorporella macht das eigentlich ganz gut. Ich seh schon, wie ich gleich aus Versehen so reflexartig immer mal Steuerkreuz drücke und dann, hm. Boah, du versagst. Ja, nur viel zu viel Zeit, das macht mir ein bisschen Angst. Jede Gegner hat einmal durchknallen hier, oder wie sieht das aus? Autsch. Bitte fassen Sie mich nicht an. Ich bin empfindlich. Ich mag es, wie sie irgendwann einfach rumkippen. Ja, ich glaube, hier den Gegner hast. Das ist jetzt die letzte wahrscheinlich. Dann reicht's auch bald mal, sag ich mal. Ganz nett. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Da muss steht hier noch einer. Ne, doch nicht. Sehr gut. Sehr gut, ja. Steht auch. So, heute darf ich heute mal einen lösen. Ich möchte gerne lösen. Das Lösungswort ist... Suck my dick. Duck my sick. Hab ich's gar nicht. Oh, was ist denn los, Mann? Die sind so sparsam geworden mit Mojo. Ist wohl Mojo-Inflation oder so. Ich weiß es nicht. Wie ein Mojo. In dem kann man das nicht farben, wa? Ja, auch so lame, wahrscheinlich. Aber er ist tot. Und ist so verkackt. Oh, gut, zum Glück hab ich ihn getötet. Schönes Leben bekommen. Okay. Gut. Ach, ich hab die Folge. Die Folge geht ja schon voll lang. Äh, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschööö. Bis zum nächsten Mal. Ch clamsικisch. Und meinst süß. Säan das Campos. all принцип Brandi d بعد, Und dass wir Policy�versprechen. Ihr schwealth!